Die altersabhängige Makuladegeneration ist eine Erkrankung der Netzhaut, die bei älteren Menschen auftritt und zu einem zunehmenden Verlust der Sehschärfe führt. Durch die ständig wachsende Lebenserwartung ist die Makuladegeneration in den Industrienationen sogar zur häufigsten Erblendungsursache im Alter geworden. Bei Betroffenen beginnt der Sehkraftverlust in der Regel ab dem 50. Lebensjahr. In einer europaweit angelegten Studie hat man sogar bei mehr als der Hälfte der 65-jährigen Teilnehmer zumindest eine beginnende Makuladegeneration diagnostiziert. Sie gilt somit als die größte Bedrohung unseres Sehvermögens. Bei der Entstehung einer Makuladegeneration spielen genetische Prädispositionen, die wir nicht beeinflussen können, eine Rolle, aber auch viele Lifestyle-Faktoren wie das Rauchen, eine intensive Sonnenbestrahlung und auch die Ernährung. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir unsere Augen durch die Ernährung maximal schützen können und eine präventive Wirkung im Hinblick auf die Entwicklung einer Makuladegeneration erzielen können. Schauen wir uns zunächst mal an, wie sich eine Makuladegeneration grob entwickelt. Die wesentlichen krankhaften Veränderungen finden im retinalen Pigmentepithel statt. Das ist die äußerste Schicht der Netzhaut, die direkt auf der Aderhaut liegt. Und in der Bruchschinnmembran, das ist die Grenzmembran zwischen dem retinalen Pigmentepithel und der Aderhaut. Im gesunden Auge bauen die Zellen des retinalen Pigmentepithels regelmäßig die verbrauchten Membranscheibchen der Sehzellen ab. Und man geht davon aus, dass es im Rahmen des Alterungsprozesses zu einem Rückgang dieses Abbauprozesses kommt. Dadurch sammeln sich mit zunehmendem Alter immer mehr Stoffwechselendprodukte der Sehzellen, darunter des Lipofoszin, das auch als Alterspigment bezeichnet wird, in den Zellen des retinalen Pigmentepithels ab, wodurch die Zellen letztendlich untergehen. Bei dem retinalen Pigmentepithel handelt es sich um sogenanntes postmitotisches Gewebe. Postmitotisch bedeutet so viel wie nach der Mitose, also Zellteilung, weil keine Zellteilung in dem Gewebe mehr stattfindet. Es kommt also nicht mehr zu einer Erneuerung der untergegangenen Zellen und damit zu einem irreversiblen Sehkraftverlust. Die Stoffwechselendprodukte behindern dann räumlich die übrigen Zellen des retinalen Pigmentepithels, weil sie ihnen den Platz wegnehmen, aber auch biochemisch, weil sie zum Teil sogar toxisch wirken. Und durch den Verlust immer größerer Areale des retinalen Pigmentepithels kommt es zu einem Absterben der Photorezeptoren, die sich darüber befinden, also der eigentlichen Sehzellen. Diese Prozesse verstärken sich gegenseitig, sodass es zu einem immer stärker werdenden Gewebsschwund in der Netzhaut und im retinalen Pigmentepithel kommt. Man spricht dabei von einer trockenen Makuladegeneration, von der etwa 85% der Patienten betroffen sind. Die trockene Form kann im weiteren Verlauf der Erkrankung dann zur feuchten Form fortschreiten. Von einer feuchten Makuladegeneration spricht man, wenn zusätzlich Blutgefäße durch die entstandenen Lücken in der bruchsischen Membran in die Netzhaut einwachsen. Und dadurch wird der Sehkraftverlust nochmal signifikant verstärkt. Im Zentrum der Netzhaut befindet sich die Makula, die auch als gelber Fleck bezeichnet wird. Das ist der Bereich, in dem sich die meisten Sehzellen befinden. Die Makula ist gelblich gefärbt, weil sie zum Großteil aus Carotinoiden besteht, und zwar aus Lutein, C-Axantin und Meso-C-Axantin. Nur Lutein und C-Axantin und keine anderen Carotinoide sind in der Makula der Retina eingelagert. Deshalb werden sie auch als Makulapigment bezeichnet. C-Axantin ist dabei hauptsächlich in der Makula konzentriert, Lutein kommt sogar in der gesamten Netzhaut vor. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Carotinoid-Konzentration, die mehr als tausendfach so hoch ist wie im Blutserum. Die Carotinoide befinden sich also in dem Bereich, wo sich auch die meisten Sehzellen befinden. Und das macht auch Sinn, weil sie als fettlösliche Substanzen überwiegend in den Phospholipidmembranen der Außensegmente der Sehzellen gebunden sind. Zusammenfassend kann man bis hierhin sagen, die Carotinoide, Lutein und C-Axantin lagern sich in der Netzhaut des Auges an. Dort, wo sich besonders viele Sehzellen befinden, nämlich in der Makula, befindet sich auch besonders viel Lutein und C-Axantin. Und die beiden Substanzen sind direkt in die Zellmembran der Sehzellen eingelagert. Diese enge Bindung von Lutein und C-Axantin an die Sehzellen hängt zusammen mit der Funktion dieser Carotinoide. Die Netzhaut bestimmt nämlich zu 60% aus ungesättigten Fettsäuren und ist dadurch besonders anfällig für oxidative Schäden. Deshalb ist die Netzhaut auf Lutein und C-Axantin als Schutzstoffe angewiesen. Wenn UV-Licht in unsere Augen gerät, entstehen nämlich Sauerstoffradikale. Und die Carotinoide reagieren dann unmittelbar mit den Radikalen und verhindern so, dass Schäden an der Netzhaut entstehen. Diese antioxidative Wirkung ist auch naheliegend, weil Carotinoide in der Pflanzenwelt die gleiche Aufgabe haben, nämlich die Zellen vor photooxidativen Schäden zu schützen. Somit stellen Carotinoide auch für Pflanzen einen natürlichen Sonnenschutz dar. Die zweite Schutzfunktion von Lutein und C-Axantin ist eine Filterungsfunktion. Die beiden Carotinoide absorbieren nämlich bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts. Und das Tolle ist, sowohl Lutein als auch C-Axantin absorbieren besonders das aggressive Blaulicht. Das sehen wir in dieser Abbildung. Im Bereich von 430 bis 490 Nanometer Wellenlänge haben wir eine fast vollständige Absorption durch Lutein und C-Axantin. Und das ist genau der Wellenlängenbereich des blauen Lichtes. Diese Wirkung ist in der heutigen Welt unfassbar wertvoll, weil wir durch Computer, auf der Arbeit, durch Fernsehbildschirme, Smartphones und Tablets dauerhaft blauem Licht ausgesetzt ist, welches unsere Netzhaut schädigt. Und weil es im Vergleich zu orangenem Licht bis zu 100 mal weniger Energie braucht, um Zellschäden zu verursachen. Zusammenfassend zur Funktion von Lutein und C-Axantin in der Netzhaut kann man also sagen, beide Carotinoide schützen die Netzhaut, indem sie oxidative Schäden durch das Sonnenlicht verhindern und schädigendes Blaulicht absorbieren. Dadurch reduzieren sie die Schäden, die die Netzhaut im Laufe des Lebens erleidet. Und dementsprechend ist eine hohe Lutein und C-Axantin-Konzentration in der Netzhaut wünschenswert, um den permanenten Lichtschutz der Netzhaut zu optimieren. Der Körper kann Carotinoide, somit auch Lutein und C-Axantin, nicht selbst synthetisieren. Und er kann auch nicht andere Carotinoide, wie zum Beispiel Beta-Carotin, in Lutein bzw. C-Axantin umwandeln. Gleichzeitig kommen beide Carotinoide in der gesamten Netzhaut vor und machen, wie wir gerade gesehen haben, den Großteil der Makula aus. Somit müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen. Trotzdem werden Lutein und C-Axantin nicht mal Carotinoide oder generell sekundäre Pflanzenstoffe als essentielle Nährstoffe angesehen, was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, besonders wenn man sich mal die durchschnittliche tägliche Aufnahme von Lutein und C-Axantin in Deutschland anschaut. Die liegt nämlich bei Lutein bei 1-2 mg pro Tag und bei C-Axantin bei 0,1-0,2 mg pro Tag. Gleichzeitig konnte man bei Patienten mit einer Makuladegeneration deutlich geringere Lutein- und C-Axantin-Konzentrationen in der Netzhaut im Vergleich zu gesunden Personen feststellen. Schauen wir uns jetzt mal gute Lebensmittel für Lutein und C-Axantin an. Hier sieht man, dass grünes Blattgemüse den höchsten Gehalt an Lutein und C-Axantin hat. Vor allem Grünkohl und Spinat hier ganz klar mit den höchsten Werten. Beim C-Axantin muss man sagen, da gibt es auch andere gute Quellen wie zum Beispiel Mais. Aber beim Lutein ist grünes Blattgemüse auf jeden Fall unschlagbar. Denn mit nur 100 g Grünkohl nimmt man schon ein Vielfaches im Vergleich zum Durchschnittsdeutschen auf. Nochmal zur Erinnerung, 1-2 mg Lutein und 0,1-0,2 mg C-Axantin nimmt der Durchschnittsdeutsche täglich auf. Während man mit nur 100 g Grünkohl schon mehr als 18 mg Lutein und C-Axantin zusammen aufnimmt. Und daran sieht man halt, dass die meisten diese beiden Nährstoffe überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Für unsere Augengesundheit, aber auch aus vielen anderen Gründen, sollten wir also auf jeden Fall grünes Blattgemüse am besten täglich zu uns nehmen. Jetzt möchte ich wieder den Bogen zur Makuladegeneration spannen und mal einen Blick darauf werfen, wie sich eine erhöhte Aufnahme von Lutein und C-Axantin über grünes Blattgemüse aufgrund der eben angesprochenen Schutzwirkung auf die Entstehung einer Makuladegeneration auswirkt. Und zwar hat man den Teilnehmern dieser Studie, die bereits eine fortgeschrittene Makuladegeneration hatten, bestimmte Karotinoide über die Nahrung gegeben. Dabei hat man festgestellt, dass die Probanden, die insgesamt am meisten Karotinoide zu sich genommen haben, ein um 43% reduziertes Risiko hatten im Vergleich zu den Teilnehmern, die am wenigsten Karotinoide zu sich genommen haben. Damit kann man jetzt natürlich noch nicht so viel anfangen, weil man natürlich wissen muss, welche Karotinoide zu der Wirkung beigetragen haben. Und das hat man in dem Zusammenhang auch untersucht. Man hat sich das sogenannte Odds Ratio zu den einzelnen Karotinoiden angeschaut. Das Odds Ratio möchte ich kurz erklären. Wir nehmen mal an, ich möchte eine 6 würfeln. Für die Wahrscheinlichkeit setzt man das einzutreffende Ereignis ins Verhältnis zu allen möglichen Ereignissen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 6, weil es 6 mögliche Ereignisse gibt. Wenn ich die Odds berechnen möchte, setze ich die Wahrscheinlichkeit, die ich gerade berechnet habe, ins Verhältnis zur Gegenwahrscheinlichkeit, also zu der Wahrscheinlichkeit, dass ich keine 6 würfel. Es handelt sich bei den Odds also um Quoten. Und beim Odds Ratio vergleicht man zwei Quoten miteinander, damit man beurteilen kann, inwieweit das Vorhandensein eines Merkmals A mit dem Vorhandensein eines weiteren Merkmals B zusammenhängt. Auf diesen Fall übertragen, hat man die Quote der Erkrankten nach der Karotinoideaufnahme zu der Quote der Erkrankten ohne Karotinoideaufnahme ins Verhältnis gesetzt. Ein Wert über 1 bedeutet, die Aufnahme der Karotinoide hat das Risiko für eine Makuladegeneration erhöht. Ein Wert gleich 1 bedeutet, dass die Karotinoideaufnahme keinen Einfluss auf die Makuladegeneration hat. Und ein Wert unter 1 bedeutet, dass das Risiko mit der Karotinoideaufnahme gesunken ist. Und je kleiner der Wert, desto mehr gesunde Probanden wurden sozusagen hervorgebracht und desto stärker die Wirkung des Karotinoids. Gut, soviel zum Odds Ratio. So, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Hier haben wir Alpha-Carotin, Beta-Carotin, Kryptoxantin, Lykopin, Lutein und C-Axantin. Und wir sehen, dass Lutein und C-Axantin hier den geringsten Wert haben und somit die stärkste Wirkung erzielt haben. Und das deckt sich ja auch mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, dem starken Vorkommen von Lutein und C-Axantin in der Netzhaut und deren Schutzwirkung. Dementsprechend müssen Lebensmittel mit viel Lutein und C-Axantin dann ja auch die stärkste Wirkung haben. Und genau das hat man auch untersucht. Man hat sich die Wirkung von Lebensmitteln, die reich an Karotinoiden sind, angeschaut. Wenn wir uns erinnern, hat die grünes Blattgemüse, wie Grünkohl und Spinat, den höchsten Gehalt an Lutein und C-Axantin. Und das spiegelt sich auch in dem Ergebnis hier wieder, weil das grüne Blattgemüse, hier der Spinat, mal 0,12, den mit Abstand besten Wert erreicht hat. Sogar einen deutlich besseren Wert als die Karotte, die ja eigentlich so das erste Lebensmittel ist, das einem für Augengesundheit einfällt. Um mehr aus dem Grünzeug rausholen zu können, macht es Sinn, es zu erhitzen, weil dann mehr Karotinoide aufgeschlossen werden und sich somit die Bioverfügbarkeit erhöht. Das hängt damit zusammen, dass es sich bei Karotinoiden um lipophile, also fettlösliche Substanzen handelt. Wegen der Fettlöslichkeit kommen sie nämlich zum Großteil in der Zellmembran, der Doppellipidschicht, vor. Durch das Erhitzen wird die Zellmembran zerstört und die Karotinoide werden vollständig freigesetzt. Hier ist das Dämpfen meiner Meinung nach die beste Methode, weil die Nährstoffe vollständig aufgeschlossen werden, wir aber im Gegensatz zum klassischen Kochen keine Nährstoffe ausschwemmen und mit dem Kochwasser weggießen. Karotinoide lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal die Karotine, dazu zählen Alpha-Carotin, Beta-Carotin und Lykopin. Karotine sind hitzebeständig. Hier ist das Kochen bzw. Dämpfen also eine gute Maßnahme, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen, ohne dass großartig Nährstoffe verloren gehen. Die zweite Gruppe der Karotinoide sind die Xantophylle. Zu dieser Gruppe zählen Lutein und Ceaxantin und diese sind leider hitzeempfindlich und gehen beim Kochen zu 60 bis 100% verloren. Und wie wir vorhin gesehen haben, sind Lutein und Ceaxantin die entscheidenden Nährstoffe, wenn es um Augengesundheit und die Vorbeugung einer Makuladegeneration geht. Deshalb ist Kochen bzw. Dämpfen hier definitiv nicht das Beste, was wir machen können. Den zellulären Aufschluss können wir nämlich auch durch das Entsaften erreichen. Dadurch werden Karotinoide, nämlich von den Ballaststoffen wie Pektin oder Zellulose getrennt, die normalerweise die Absorption der Karotinoide bei der Verdauung hemmen. Dazu kommt, dass wir das Lebensmittel 10 Minuten kauen müssten, um so viele Karotinoide aufzuschließen, wie es beim Entsaften der Fall ist. Und das macht natürlich keiner. Eine Studie von der Universität Hohenheim aus 2015 hat gezeigt, dass die Karotinoidaufnahme nach dem Genuss von Orangensaft im Vergleich zu unverarbeiteten Orangen doppelt so hoch war. Das heißt, genau wie das Kochen erhöht auch das Entsaften die Bioverfügbarkeit der Karotinoide, weil es eben auf den mechanischen Zellaufschluss ankommt. Der große Vorteil des Entsaftens im Vergleich zum Kochen besteht jetzt darin, dass das Lebensmittel nicht erhitzt wird und Lutein und C-Axantin somit voll erhalten bleiben. Hier sieht man auch, dass die Aufnahme von Lutein und C-Axantin beim Orangensaft wesentlich höher war. Bei Lutein war die Aufnahme über den Saft um mehr als 50% erhöht und bei C-Axantin sogar um ca. 90%. Dazu kommt, dass wir in Saftform natürlich auch viel größere Mengen an grünem Blattgemüse verarbeiten können und dadurch sowieso schon mehr Lutein und C-Axantin aufnehmen. Man hat hier natürlich nicht eine bestimmte Menge an Frucht mit der gleichen Menge an Saft verglichen. Das wäre ja nicht aussagekräftig, weil in 100ml Saft natürlich mehr Frucht verarbeitet wird und somit auch mehr Carotenoide enthalten sind als in 100g Frucht. Man hat den Teilnehmern stattdessen eine bestimmte Carotenoidmenge gegeben, in Form von ganzen Früchten und in Safte, sodass das Ganze vergleichbar ist. Der zweite Faktor, der die Bioverfügbarkeit von Lutein und C-Axantin erhöht, ist die Anwesenheit von Fetten. Wenn wir sie zusammen mit einer Fettquelle zu uns nehmen, erhöht das die Bioverfügbarkeit auch nochmal stark. Und da reichen schon sehr kleine Fettmengen, indem man einfach ein paar Tropfen eines hochwertigen Öls zum Saft dazu gibt. Eigentlich muss ich sagen, bin ich kein Fan von Ölen, weil Öle genau wie Zucker einen Makronährstoff isolieren und die meisten Menschen über Öle viel mehr Fett zu sich nehmen, als sie es über unverarbeitete Fettquellen je erreichen würden. Wenn man aber nur ein paar Tropfen nimmt auf den sehr mikronährstoffreichen Saft, ist es meiner Meinung nach durchaus vertretbar. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, wie wir uns am besten mit Lutein und C-Axantin versorgen können. Das Entsaften von grünem Blattgemüse wie Grünkohl und Spinat versorgt uns am besten, weil die Zellen mechanisch aufgeschlossen werden und damit Lutein und C-Axantin vollständig freigesetzt werden. Als hitzeempfindliche Substanzen werden sie beim Entsaften im Gegensatz zum Kochen aber nicht zerstört. Und durch die Zugabe von 3-5 Gramm Fett, z.B. in Form einer minimalen Menge an Öl, lässt sich die Bioverfügbarkeit noch weiter erhöhen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Tipps an die Hand geben, wie du deine Augen schützen und der Entstehung einer Makuladegeneration vorbeugen kannst. Wenn ich dich inspirieren konnte, lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniere natürlich auch sehr gerne diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut, ciao!